Kasten, da ist ja der Kastel Transport. Der steht hier bei dem gelben. Was fehlt noch? Eisgolemherz. Ach, für den Bau die Herzen. Okay, Eisgolem. Ich weiß, wo Eisgolem sind, aber ich krieg's wahrscheinlich nicht tot. Oder? Wo komme ich denn am schnellsten? Wir könnten es natürlich mal versuchen, funktioniert. Ne, hab ich nicht mehr so ein Banditenlager. Das brauche ich. Den Hafen brauche ich später. Da wolle ich jetzt nicht hin. Wobei doch, da wolle ich auch hin, weil ich in diesem Tempel noch mal gucken muss. Wie ich diese Statue da wegbekommen. Das ist offensichtlich nicht als Fleischwanz durchgehen. Oder vielleicht doch. Und ich hab's einfach nur übersehen. Können wir bei der Gelegenheit auch noch mal mit ihm sprechen. Ne, alle sind bester Ordnung. Ich hab ja auch nichts gemacht. Ähm, so. Oben bei, ja. Ähm. Dies gilt nicht für Männer, die in Kriegs... Na bitte, geht doch. Ja, dann gehen wir mal da raus hoch und vielleicht kriegen wir... Ich muss ja nur einen Tod bekommen. Sein Herz nehmen. Na, das klingt schon... Klingt schon so einfach. Ich muss nur, ja. Ich muss nur im Lotto gewinnen und die Probleme sind gelöst. Also... Ich hätte auch mal nach Buchs fragen können, ne. Hätte ich tun können. Ähm. Für Asun. Asun. Er hätte noch Dietriche. Aber die kosten Geld. Findet ihr irgendwie nicht so viele Gratis-Dietriche? Äh, ich guck mal, ob ich das Golem-Herz bekomme. Wahrscheinlich nicht. Ich muss nur einen Eis-Golem töten. Nur einen. Das kann nicht so schwierig sein. Äh, hä, 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 hä. Nun. Wie soll ich sagen? Kann es. Bei inzwischen hab ich schon, ja, fast so... Ich hab fast so viel Mana wie Lebensenergie. Das reicht immer noch nicht. Ähm. Gucken wir mal. Wenn nicht, können wir ja immer noch im freien Lager rumeiern. In diesem scheiß Tempel und herausfinden, wie ich diese Kack-Statue da wegbekomme. Scheiße, irgendwo so ein Schalter in so einer ganz kleinen Nische. Nicht sichtbar. Ohne Anzeige von Namen. Ja. Das klingt nach... Sowas, äh, ja. Und jetzt auszugehen. So, ähm... Also, die Turmwache soll ich auch mal loswerden. Aber das Grund, warum du noch lebst. Wie er sagt... Rechtfertige mal deine Existenz. Höfe von Argus. Also, die habe ich ja abgegeben. Das sollte also... Ist das denn auch so Grund... Ich habe da Kronstücke. Können wir mal einen Maler Tränke brauchen. Ähm... Hände ich noch einer? So am Turm irgendwo? Ohne, das ist gar kein Turm. Das ist eine Mühle. Turmmühle, ich meine. Ist da wirklich so ein großer Unterschied? Da ist der Turm noch. Da ist der Turm noch. Und die Wache bleibt auch tot, oder? Ja, sieht gut aus. Ist nicht eine von diesen Wachen. Turmwache, Turmwache. Es ist nicht eine von diesen Wachen. Das sind auch nicht solche Wachen, ne? Das sind ordentliche Wachen, die sterben. Die bleiben tot, wenn sie gestorben sind. So... Oh, wir haben noch... Wir haben noch Äpfel. Ja, das ist ja... Äpfel sind immer gut. Pilz-Tabak. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ich hatte hier mal ein Schloss, diese Truhe. Wie ist sie abgeschlossen? Das ist ein unsicheres Schloss. Das brauchen die ja eh nicht mehr. Sie sind ja tot. Irgendwann hat die ja umgebracht. Wer tut nur solche schrecklichen Dinge? Hier herumlaufen, Wachen umbringen. Schlimm. Hätte es früher ja nicht gegeben. Früher hätte es das ja nicht gegeben. Früher war das ganz anders. Aber heutzutage, ne? Knecht, Knecht, Knecht. Knecht, Knecht. Ich muss fast nochmal schlafen. Da steht ja noch einer, der kein Knecht ist. Äh, haben die da ein Bett drin stehen? Ne, ne. Soll ich ein Bett suchen? Na, lege ich doch. Oh, war denn hier ein Bett, dass ich mal bis zum Mittag schlafen kann? Ich hoffe, das hat... Wahrscheinlich haben die Später nochmal... Na, das ist ein Atomwachen. Wenn die später nochmal ein Quest haben, ist das definitiv nicht offensichtlich gewesen. Ganz allein die Schuldentwickler. Ahm. Hast du noch eine Aufgabe für mich so? Ne. Du hast auch kein Bett. Wie nutzlos? Mh, 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 mh. Hm, mh, mh. Das sind noch pflanzen, und sehe ich jetzt erst. Nicht, dass die irgendwie wichtig wären. Aber hey... Lass mal einstecken. Thanksgiving, das ist scheiße. wo ist denn hier noch ein bett suche ein bett danke ich brauche wieder volles mana vielleicht reicht es ja dann wahrscheinlich nicht guck mal in diesen tunnel da war jemals rein sitzt in oswald jetzt hier im haus der schlüssel zum glück ich weiß immer noch nicht wo der hingehört ich werde es erkennen wenn ich es finde ich glaube ich ich glaube ich wurde da mal wieder angelogen ziemlich glaube ich ja ich nehme an der stream leckt ohne ende aber guck dir eh keine zung alles gut guck euch einfach die aufnahme an die läuft vielleicht flüssig auch nicht ist wahrscheinlich kaputt oder so und maximalen schaden anzurichten gut nicht knecht was würde sein essen klauen aber da geht es zum gefrorenen bereich und da irgendwo da hinten war auch so ein golem und vielleicht kriege ich muss noch einen tod bekommen wirklich einen nur das erreicht schon passwache habe auch keinen namen aber es sieht aus als ob sie später noch mal mit mir reden würde deswegen lassen wir jetzt mal am leben also wenn ich dann tatsächlich mal dahinter soll sie wahrscheinlich mit mir um mir zu sagen du musst da hin oder mein quest anklassieren wenn die tod ist dann geht das nicht mehr oder ich kann sie gar nicht töten dann weiß es nicht bisher stehen ja sehr viele leute die ich versucht habe zu töten wieder auf wenn die späne noch gebraucht werden oder so dann habe ich doch umso müde dann können das schwer da muss ich noch mehr machen wie es aussieht wo wir auch angesagt so kein erfolgssturm so ziemlich das stärkste was ich im arsenal habe aktuell also zumindest an magie ja wobei ich habe vielleicht noch so eine spruchrolle apropos spruch und was habe ich da überhaupt noch was hätte ich dann noch im alternativ für heiliger pfeil naja das ist glaube ich jetzt nicht so eiswille ist falsch gegen eine art kleiner feuersturm toteswelle ist vielleicht auch noch eine sache die ich in betracht ziehen sollte natürlich der gute teleport zum karls bauernhof was zum fick geht bei karls bauernhof überhaupt ab das ist irgendwas ist doch da oder also ich mein warum es muss ja ein grund haben dass es so viele spruch rollen von gibt ist der einzige ort wo ich mich hin teleportieren kann oder also mit spruch rollen der nicht irgendwie so ein einzelnes quest ding ist das ist nehmanns feuer und ein halb ist das jetzt meine das ist jetzt meine karte oder hat meine karte gefressen noch nicht beim nächsten mal da ist doch einer und wenn ich das aus der entfernung trägt aus der entfernung jain jain sage ich mal ich glaube ich könnte man totbekommen vielleicht vielleicht irgendwo auch it halb 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 Ja, ja, das zieht doch schon alles sehr gut aus. Und da ist er tot. Ja, easy, gar kein Problem. Ich bin so mächtig inzwischen. Jetzt müssen wir bitte dein Herz, danke. So, was ist hier noch? Keine Gegner, nix. Kann mir das fast nicht vorstellen. Das ist eine Hülle. Ich meine, man darf halt noch nicht zu nah rangehen, weil es sonst fliehen soll ein. Und hier ist auch irgendwie die Kälteanzeige plötzlich. Jetzt ist sie wieder da. Gut, dass sie gelegentlich verschwindet. Finde ich gut. Obstler, was haben wir noch? Das ist eine komische Kiste, wollte ich gerade sagen. Eventuell ist das gar keine Kiste. Eventuell ist das einfach gar keine Kiste. Hm, also die Ratten haben kein Fleisch hier. Ein paar Dietriche werden hilfreich. Dass du immer ständig Dietriche willst. Mach einfach mal hier, Brechstange oder so. Okay, jetzt reputieren wir uns mal langsam hier weg. Mausrad. Spiel. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich will es auch gar nicht so genau wissen, glaube ich. Nicht Fragen würfeln. Immer noch nicht mit dem 10-seitigen Würfel, also immer noch schlecht. Ja, warum? Gut. Dann sollten wir jetzt alle Herzen haben, vielleicht. Möglicherweise, eventuell. Gucken wir doch mal. Gucken wir doch einfach mal, was er dazu sagt. Ihr ist wie Golemat. Das hast du vorhin nicht gesagt. Gut, so ein fickligen Feuergolem-Herz. Bin ich schon mal einem Feuergolem irgendwo begegnet? Nee, ne? Ach nee, das Herz eines Dämonen habe ich. Na, scheiße. Ja, ziemliche Scheiße. Nee, das Eich schlüpft auch nicht. Sehr gut. Ja, das ist ein Scheiß. Herz eines Dämonen habe ich. Äh, Herz eines Dämonen, habe ich auch nicht Sumpfgeholt im Herz, müsste ich haben, oder? Ich meine, ich war im Sumpf und so. Nein, äh, nimmst du das hier mit. Ähm, das wollte ich jetzt nicht. Zum Scheiße. Egal. Egal. Pech hatte ich da. Ich habe nicht mal einen Sumpfgeholt im Herz, was? Braucht das nicht auch noch? Ach, fuck. Ich muss so ein Herz haben, muss mich verarschen. Ich habe nur das Eischkohle im Herz, was? Äh, what? Äh, nee. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt Feuergolem finden soll. Hatte ich schon mal irgendein Feuergolem? Nee, Eisgolem. Nee, habe ich jetzt gerade getötet? Feuergolem. Äh, oh, keine Ahnung. Okay, freie Lager und so. Und dann gucken wir mal, ob wir dieses Rätsel mit der Statue lösen können. Ja, vielleicht schlafen wir vorhin bis zum Nachhinein wieder irgendwo hier. Ja, drin ist ein Bett. Mein Mana ist etwas, äh, es ist fast voll, vergiss es. Ich war mal wieder in einem Ort, wo sie es auflädt. Ich bin, ich bin verwirrt. Das Spiel verwirrt mich. Legitim ein bisschen so. Ich muss irgendwas finden. Hm. Um diese Statue zu senken. Wo war denn diese Statue überhaupt? Das ist eine exzellente Frage. Ich habe keine Ahnung. Aber hey, wir haben schon einen Eisgolem getötet. Können wir uns schon mal toll fühlen? Nee. Ein paar Warnspunkte bekommen. Das Herz bekommen. So, darf ich schon mal da oben? Nee, ich glaube, das reicht nicht. Wo willst du hin? Wollte mich nur mal umschauen. Das ist die Eisenmine. Und nur mit Wulf. Solange du nicht zu uns gehörst. Hmhm. Nein. Äh. Wieso leuchtet sie überhaupt so komisch? Ich weiß es nicht. Kommt von der Mine. Haben sie gerade die Disco-Party. Ähm. So. Diese Statue wegbekommen. Hier haben wir die Beserker-Penner. Wo war denn diese Statue überhaupt? War die nicht irgendwo? Draußen, oben, unten, drüben. Äh. Okay, das habe ich schon leer geräumt. Ähm. Hier kann ich lustig drehen, aber das macht ja auch nichts. Äh, wo war denn diese Statue? Gucken wir doch mal. Ich gehe jetzt mal die Statue überhaupt wieder suchen. War das hier hinten drin? Neh, man. Mönch. Hier unten. Hier geradeaus. Wer weiß das schon? Äh. Ich glaube hier geradeaus. Wartet, ne? Hey, du. Also man könnte hier ja vorbei als Fleischschwanze, aber vielleicht sollte man auch hier vorbei und ich muss einfach nur, ich habe einfach nur den Schalter da drin nicht gesehen, weil ich dumm bin oder so. Wer weiß. Wer weiß. Hm. Wo ist denn da drin? Wo ist denn da drin?